Da hat die Mutter mit dem Sohn, der Vater mit der Tochter, die Tochter mit dem Sohn, von ihrer Schwester und so weiter und so fort. Hey Kinder, was geht denn bei euch ab? Junge, willkommen zu einem weiteren Video. Ich muss ja einem Baby einen Namen geben, natürlich, äh, Barbara. Oder vielleicht, Barbz. Ock. Mein ultramäßiges, äh, Video ist leider noch nicht entstanden. Äh, es ist, ich könnte mich im Moment einfach zerreißen. Und da muss man sich immer irgendwo irgendeine Scheiße machen. Und ja, so, cool beim. Ich wollte euch hier mal kurz meinen Bunker zeigen. Hier in meinem Bunker findet immer extremer, ähm, Inzuchtwettbewerb statt hier. Sohn von ihr macht Bunga Bunga mit ihr und dabei entsteht ein neues Kind und das wird dann mit ihm und so weiter. Ihr wisst schon, da macht es die Schwester mit dem, oh mein Gott. Well, fuck. We gonna die. Ich wollte schon mal angegriffen, da waren es aber, ähm, auch so viele, also soll das kein Problem sein. Die gucken, die sind richtig freundlich, die Raider, die gucken so ein bisschen so, ah, 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 ah. Ah, schieß! Was macht er denn? Der geht doch hinten ins Schlafzimmer. Boah. Er schießt erstmal in den Schrank rein. Na, das kann ja was werden, meine, äh, sehr verehrten Damen und Herren. Die sind alle so glücklich. Wo kommt man wohl hier aus der Wall raus? Also, wenn ihr so weiterkämpft, dann, äh, natürlich nicht. Bleib jetzt kurz da drin. Wart, bis meine Leute kommen, die dich umbringen, okay? Ja! Okay, alle auf, alles auf Anfang. So, ultra krasse Kacke, voll am Verrecken gerade. Wartet mal kurz, jetzt schreibt mal nicht so. Ich kann nämlich im Radiostudio lockt neue Bewohner aus dem Ödland an. Hm, direkt mal bauen. Aber wohin? Das große Video seht ihr dann wahrscheinlich am, ähm, Montag, glaube ich, lass mich kurz überlegen. Heute, das, heute seht, dieses heutige Video kommt am Freitag. Ich muss noch eins für Samstag, eins für Sonntag machen. Was ein Kot. Aber das schaffe ich alles. Ihr habt jetzt genug Bunga Bunga gemacht. Ihr macht jetzt Radiopower. Und du machst auch Radiopower. Um diese zeitliche Lücke zu füllen, dachte ich mir, zeige ich euch jetzt eben mal hier Fallout Shelter. Das war für mich am Anfang natürlich schwierig, weil es nur für verkackte Apple-Wurstgeräte rauskam. Und deswegen habe ich mir dann, ähm, ganz geschwind mit Zauberhand einen Emulator geholt. Mich fühlt das ein bisschen crankier mit diesem, äh, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, mit der ganzen Inzucht und sowas. Ähm, Kinder. Die Kinder müssen dann mit ihren Eltern sich vermehren, weil man irgendwann gar nicht mehr einen Überblick hat, wer von wem ist. Und dann, äh, passiert natürlich, äh, Inzucht. Ja. Die Kinder, man will ja mehr Bewohner haben. Die Kinder, äh, vermehren sich dann vielleicht, äh, wenn man nicht aufpasst. Man hat ja nicht so den Blick mit den Eltern und zack, schon hat man den Salat. Inzucht ist am Start. Wir brauchen ganz dringend Steampacks. Die kriegen wir hier aus der Crank'n Station. Und jetzt fangen wir einfach mal hier oben an und gehen durch. So, die Trulla hat schon ordentlich die Nuss bekommen. Die bekommt mal einen Steampack. Ihr macht jetzt mal einen Run. Komm schon, ihr schafft das. Tempo. Achtung, 22% Unfall. Gehen wir einfach mal das Risiko ein. Oh mein Gott. Red Kakerlaken Befall. Jawohl, aber bei denen mit den Waffen. Die Kakerlaken haben keine Schu... Oh mein Gott, der ist ja fast verreckt. Reg dich mal ab und nimm mal einen Steampack oder so. Oh nein, ein kritischer Fehler der Produktion. Ja, scheiß die Wand dann, Leute. Wir verhungern. Komm, nochmal. Es kann doch nicht nochmal schief gehen, oder? Bobby, hä? Oh, 32% Shit. Danke. Danke, danke. Ja, ich weiß. Bei mir in der Vault, ja, ich sag mal so, da läuft noch alles in den gewohnten Bahnen. Da hat die Mutter mit dem Sohn, der Vater mit der Tochter, die Tochter mit dem Sohn von ihrer Schwester und so weiter und so fort. Ein wunderschönes Inzuchtdorf. Wisst ihr, ich hatte am Anfang zwei Bewohner, jetzt hab ich 20. Der Rest ist... Fauler Zauber. Nur noch 66% Freude. Okay, es reicht jetzt. Jetzt muss was geschehen, aber ganz schnell. Geh einfach mal vorsichtig, ist aber ganz weit weg. Ah, guck mal. Ist da viel Bewegung drin. Und ich brauch hier unten einen Platz hin. Ich glaub, ich werde krank. Ja, dann würde ich auch krank werden, wenn ich hier arbeiten müsste. Ich muss mehr auf mich achten. Ja, du solltest vor allem nicht da reinfallen. Die Kelly. Ist doch gar nicht drauf. Bin die Kelly, wisch. Warte, komm zu uns. Ah ja, ich hab noch eine Frage an euch. Und zwar, ich hab mir Mad Max geholt. Und da wollte ich fragen, ob ihr das mal... Ob ich das mal anspielen soll. Jetzt nicht Let's Play-mäßig 100 Millionen Jahre lang. Sondern einfach nur, ob ich das mal spielen soll. Und ihr guckt dann zu... Ob ich damit mal eine Dummbubbler-Folge machen soll. Wie sieht's aus? Sagt was. Ich würd noch gern jemanden wegschicken in die... Man kann Leute wegschicken. Und dann suchen die was. Komm, machen wir jetzt. Oh, Louis, du entdeckst ja gar nichts Neues. Voll langweilig. Und soll ich rufen direkt zurück? Ne Quatsch, kurz abwarten. Vielleicht, ähm... Ich glaub, ich geh ein bisschen da entlang. Ich bin Louis. Louis Ford. Naja, okay, gut. Also soweit, so gut. Jetzt konntet ihr mal meine Basis sehen. Ja, und wer das Spiel auch spielt, kann ja mal hier in die Kommentare schreiben, wie viele Leute ihr schon habt. Also wie viele, ähm... Bewohner... ...eure Vault... ...beherbergt. Also dann, äh... Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.